Was soll ich denn zuerst noch sein? Was soll ich denn zuerst noch sein? Was soll ich denn zuerst noch sein? Was bist denn du, Klopfer? Keine Ahnung, machen hier! Was bist du denn, ein Klopfer? Scheiße, ich hab mir aus Versehen meine... Keine Boots, Klopfer! Boot verkaufen! Fick dich! 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 Dann hält dich, man! Fucking! Tut du leiser, so wie ich! Tun wir als erstes einen Black Diva! Ihr seid so lächerlich, Mann! Was ist das schnelle Machen? Der W, ne? Mach WWE! Der W, ja! Ne, ne! WWE! Oh, ist das geil! Nee, WWE! Guck mal, da oben! Scheiße, keiner drin! Und was ist denn da für ne Ash? Ja, mein Ding, also wirklich! Oh, mein Ding ist Ash! Was hab ich für ne Ash? 550, okay! Ich hab... 125, okay! 125, okay! Also, ich... Bleib da stehen! Ach, stimmt! Schiwaya, Schiwana hat ja gar keinen... Gar keinen... Gar keinen Mana! Wollte schon sagen, ich muss aufpassen wegen dem... Wegen dem Mana! Ad... Was... Ad... Ad, Rammus? Oh, kommt schon, Leute! Ja, wobei das ist... Eig... Eigentlich ist das ja... Kein Troll, weil... Die Passive und so... Ne? Deswegen, ja... Ich hab doch gerade eben Rammus gespielt! Alter, macht das Damage! Ja... Ah, ich geh auf Cool Dawn! 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 Schiwana! Der E! Deine Ulti macht auch, ne? Haha, das ist so lächerlich, man! Deine Ulti auch! Ja, ich seh's doch! Ah... Deswegen, das haben schon mal ein bisschen Scheibe auf AP gespielt! Haben damit ne Quads gemacht! Wooh! Warum geht der Kato so auf den Weg? Weil die alle nicht streuen können! Die können einfach nicht AP als AD spielen! nur AD als AP, die müssen Tanks spielen, weil sie sonst nichts können. Das ist einfach nur traurig. Da kam Kako. Wie sie alle auf Tank gehen! Diana, Sheko, Kato's Tank. Ja. Die richtigen Tanks gehen nicht auf. Aber mein Ding carried das schon. AP erstens ist OP. Was will denn der Mafia? Ich glaube der mag dich. Ich glaube ich auch, ich bin Supporter, hallo? Nein! Du hast immer First Focus. Warte, ich gebe dir mal einen Mana. Ich dachte schon gerade, ich habe meine Ulti gleich, weil ich dachte, ich bin mir 5 schon. Tschüss! Ach stimmt, das macht ja gar kein Damage. Gut, Master. Master! Dankeschön, Dark. Dankeschön, Dark. Ich dachte nicht, dass du die 2x Tower hitten lässt. Das ist ja nur selbst Schuld. Dankeschön, Dark. Ja, Dankeschön, Dark. Bitte, bitte, bitte. Immer gerne. Du brauchst dich nicht bedanken, das mache ich doch immer wieder gerne. Das ist geil. Leider, der will schon wieder zu mir, Mann. Doch nicht! Ausnahmsweise nicht. Das ist geil an so Rackers. Die Autos jetzt fliegen die so ewig lang. Ja. Ja. Ja, verdammt. Nein. Machste, guck mal. Dein W macht auch Magenschaden nebenbei, ne? Ich? Ne. Du hast gradiert halt nicht. Wegen Lernstab und so. Ne! Ne. Doch, Lernstab. Nein, ich hatte mein E nicht ready. Was bin der von mir, Alter? Ist der echt schon Level 5, Alter? LoL. LoL. Schade aber auch. Wie sie spielen wieder nichts tun können, obwohl sie eigentlich anormal spielen, weil das ist halt wieder nur auf Tank, Alter. Das ist lehrerlich, Mann. Okay, wir lachen die ganze Zeit. Ich geh auf Cooldown Reduction, glaube. Der eh macht, hat zu viel cooldown. Und auf, und auf Magiedurchdrängung. Na, Lernstab halt. Und ne, es sollte diese komische Opke. Die was? Komische Maske. Achso, ja. Kleine Hextrinke ausgelöst. Ja, Alter, ne? Was, Mann. Was, Alter. Hast du Glück? Uuuuh. Ach, Menno. Mein Ding freut sich bestimmt schon. Na, Naa. Huaaaiiii. Hu!! 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 Num 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 num! Weapp! Na, Wasser! Oh! Sch-tst! Full of Tower und so... cool gelassen und einfach Loll nein ich krieg' ich Mut? Loll was war das denn? ey wie lange es doch so ein Tower kaputt zu machen ja ich hab ein Köder oh quatsch wir lachen nicht ja dann lass ich den mal boah dat heal, dat heal ja mei muss das letzte nicht zu Ende bringen das wird klar 6 Leben alter bist du am Lachen nein sorry das war noch weiter so warte jetzt hier bis ein Trill spawnt BATZMAAAN ich spiel glaub ich eher Attack-Speed bist du bereit? Soraka ist bestimmt lustig ich hab schon mal Adi Soraka gespielt hat mal jemand was zu manipulieren oh ich lauf hier grad mit nem gefuckten Leben rum nooo you have been slain noo 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 pappelapap pappelapap oh gschaden ne kleine Triaden wow Black Cleaver ist ab ja das hab ich auch, gleich Black Cleaver ja ich lass es besser besser ist hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ey Shaco, ey, was willst'n du jetzt hier, ey, alter du dumme Box, alter, ey. Ey, blöde Box, du. Show me your ass for off. Was willst'n du jetzt hier, du Gobblant, alter, ich hab Hilfe, 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 Hilfe. Ich komm, ich komm, ich komm mal. Ich komm nicht mal meinen Airbrücken. Huh, ich darf ja keine Schuhe kaufen, ne? Keine Schuhe, genau. Finde ich sehr gay. Sehr gay. Sehr gay? Hm, sehr gay. Alter! Das macht so'n krass Damage. Wer? AP-SHABAY, ne? Hab schon mal auf Top-Blank gespielt und hab verloren. Also der Gegner hat AP-SHABAY gespielt. Aber ich verliere ja auch gegen eine Annie mit Warma. Nein! Ach nee, ist ja nur Ade. Hau dir gleich, hast du irgendjemand mit meinen Dings an? Einen hier. In die Phase geworben. In die Phase geworben. In die Phase geworben. In die Phase geworben. Nein, Master, du darfst nicht sterben. No, ich mach shit. Ich sterbe aber auch wieder. Ich bin daaaaaa. Doooiii! Da-da-da-da-da-da-da. Afro-Circus. Afro-Circus. Bada-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Was ist das? Oh. Wie er sich aufregt. Das ist für ein Lacken. Der. Luca, Luca. Ich weiß nicht. Das geht noch hoch. Mach, Diana. Ade. Alter, wieviel Slowbills noch auf mich raufhauen. Noch mehr. Dat, dat aim. Dat aim. Hilfe. Oh, dat slow. Dat. Nein, ich wollte einen Panther machen. Ja, Panther. Ja, easy. Ich hatte schon einen Double. Oh, ein bisschen der Tech Speed hier. Hab ich mir schon grad gekauft. Ich hol mein Schwert auf der Göttlichen. Ich auch. Nur jetzt hier. Ah, hab mich wieder erfasst. Aua, Aua. Ja. Oah. Oah. Komm mal her. Nein. 13 J- Ich hab mich nicht. Scheiße Hilfe. Takko. Wo ist es denn? Nein. Hahahaha. Ach, da sind ja auch noch Gegner. Ach, da sind ja auch noch Gegner. Da sind auch noch Gegner. Geh steils hin. Ich will sterben. Dann hab ich mein Schwertes Göttlichen. Und dann gehör ich mir noch was. So. So. Hallo. 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 Rampage. Oh ja. Das ist mein Checko. Nein. Verpiss dich. Der Face, Junge. Egeil. Verpiss dich doch, Marston. Hier oben ist ein Kriese. Da, da meinst du so? Hier? Fack you. Ne. Jawohl. 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 Da hinten! Wer es gebetet hat Duke Nein Hallo! Ich mach Ende bevor Nein! Jetzt kannst du Ende machen GG 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 Vell U U U